Meine Staatskarosse, die Erstbesitzer war der Einzelminister Jarmani aus Kuwait, hat der jüngste europäische Zeitungsverleger Victor Heinemann im Jahr 1985 vom legendären Bordellkönig Bernd Wesseli nach dessen Tod geerbt. In diesem Autog befindet sich übrigens auch der erste Farbfernseher- und Videorekorder. In meinem Besitz, den zu Hause, hatte ich keinen Farbfernseher, was leicht erklärbar ist, denn in meiner Generation war man eigentlich, außer zum Duschen, umziehen und ein bisschen schlafen, kaum zu Hause. Das heißt, jeden Tag volle Power, voll auf den Boots gehauen, voll Party, und wenn Party nicht in einem Lokal, dann Party hier im Auto. Und hier wurden sehr viele Partys gefeiert. Dieses Auto hat zweifellos mehr erotische Geschichte als sämtliche Bekannten wie in der Stunden Hotels. Und die Sitze haben ja ausgehalten, als wahrscheinlich alle Hotels beten. im sämtlichen Gewerbe in der Stadt. Jetzt sind wir zugeschissen. Ja, wir sind zugeschissen. Ich kann doch mal sagen, das ist nicht so hart. Jedes Mal sind wir irgendjemand, dass irgendjemand ein bisschen schweiß, Auto, Acker, und alle Autos sind in Walsch. Jedes Mal. Jeder hat so seine Träger und Beifest. Deskipzion, deskipzion, deskipzion. Was braucht man jetzt. Nichts, dass du uns dich? Ja, 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 ja. Das ist auch schon beim Laufsladen. Ja. Ich bin so ein paar Laufsladen. Nichts. Ich habe das Gefühl, dass ich den Laufstuhl habe, dass ich den Laufstuhl habe. Ich glaube, das ist eineskin ist eine weitere. Das ist eine freaking Frau und die sich in Dortmund ausübend. Das ist klar. Das kommt so einfach aus. Das ist klar. Oh, es ist eine Pfeife jetzt da, bis dahin ist. Er ist da, das ist immer third und schweigend. Wir müssen durchsieden, wenn wir das klauen in der ersten Sekunden sind. Wir müssen zusammenанд察en, dass wir uns unter anderem noch dieser Fälle wiederholen. Ich bin nicht so ein Geruch, weil du mit der anderen Vierer checht. Ich habe nur noch einen Geruch. Ich habe nur noch einen Geruch. Ich habe auch noch einen Geruch. Keine Ahnung. Das ist schon wieder her. Das ist schon ein Geruch. Das ist ein Geruch. Ja, das ist ein Geruch. Das ist ein Geruch. Gott und die Welt hat uns gekannt und wir sind vorhanden und alle haben uns angeschaut und ich bin im Sessel immer kleiner geworden und immer kleiner geworden, ja, aber mein Gott, ich kriege die Krise. Du weißt, seit du dich gewohnt hast, im Mittelpunkt steht, dass alle Leute auf dich schauen, wenn du nach einer gewissen Zeit bei gewissen Autotypen vergisst du das eigentlich. Es ist rundherum, wenn man alles vor und ich bemerke mich der andere nicht mehr. Was ich berundlich auch daran will, dass ich sie nicht bemerken will, weil wir im Vaterlander Neidgenossenschaften leben und die Gehässigkeiten, die aus ihren Augen kommen und die Bösartigkeiten, die aus ihren Mundwinkeln zischen, das ist besser für meinen Augen schwer, wenn ich es nicht höre. Ja, das ist so mit den Frauen. Ich kriege was Neues dazu und kann mich vom alten nicht erinnern. Kennst du sowas? Ja, aber warum, 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 Entschuldigung, du bist ja eigentlich eben kein Sammler. Ja, aber du schaust aber so aus wie ein Sammler. Weißt, das verstehe ich eigentlich gar nicht. Du sammelst ja auch. Schau, ich sag's dir was, mit jedem Auto verbindet mich ein Stück Geschichte, das vielleicht irgendwann an meiner BKF landen wird. Und irgendwo bringe ich es heute übers Herz, diese Autos einfach zu verklopfen. Ist ja nicht so gut. Ich kann mich gar nicht so aus wie ein Scherz, das ist nichts. Ich bin ja noch. Guck dich. Ja. Ich bin ja noch. Ich bin ja noch. Also wenn ich alleine bin mit dem Fahrrad...